herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch die komplette serienbox zu battlestar galactica alle weiteren informationen zu dieser serie und dem boxinhalt so natürlich auch die links zur serie und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung battlestar galactica die komplette serie das ganze aus dem jahr 2004 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich serie jawohl so sieht sie aus die komplett box zur serie wir haben hier einen zylonen abgebildet darunter der schriftzug battlestar galactica die komplette serie dann lesen wir hier battlestar galactica razor und battlestar galactica the plan dann das logo dann hier unten ein fsk 16 hinweis und universal auf der seite ist das ganze so gestaltet hier lesen wir auch noch mal zusätzlich season 1 bis 4 pilotfilm razor und the plan also das alles befindet sich hier drin in der box und auf der rückseite haben wir hier ein foto sieht ein bisschen aus wie das letzte abend mal und dann haben wir eine inhaltsangabe was uns in dieser serie erwartet also das ende der menschheit ist der anfang ihres größten abenteuers nach einem heimtückischen angriff der mechanischen zylonen gelingt nur wenigen tausend menschen die flucht unter dem schutz der battlestar galactica und ihres charismatischen kommanders william adama beginnen die letzten menschen die fast aussichtslose suche nach der legendären 13 kolonie ihrer vorfahren diese gesamtbox vereint alle explosiven 74 episoden der vielfach preis gegründeten science fiction serie battlestar galactica mit zahlreichen extras in einer dvd edition außerdem enthält diese box drei specials zur serie den pilotfilm das prequel battlestar galactica razor sowie das sequel battlestar galactica the plan in spielfilm länge fantastische special effects und erstklassige darsteller machen die flucht vor den mörderischen zylonen und die verzweifelte suche nach dem planeten erde zu einem unvergesslichen sci-fi erlebnis neben allen folgenden serie mit einer gesamtlaufzeit von über 58 stunden gibt das viele stunden umfassende bonus material die letzten geheimnisse des verzweifelten kampfes der menschheit gegen die gnadenlosen zylonen preis ein muss für jeden fan jawohl so hier unten haben wir noch mal eine inhaltsangabe was uns alles in dieser box erwartet was für sprache und untertitel wir haben also jeweils deutsch und englisch dann die einzelnen laufzeiten hier auch noch mal angegeben barcode beteiligte ok ja obwohl da so viel drin ist ist die box meines achtens recht klein und zwar liegt das daran dass man hier wirklich extrem platzsparend gearbeitet hat und zwar haben wir hier wirklich die discs so übereinander gestapelt also wenn wir uns das jetzt mal spiel ansehen hier links das ist season 1 machen wir mal hier kurz etwas auf so und hier haben wir dann tatsächlich vier discs übereinander also hier es sind sogar noch mehr als in diesem fall sogar 55 discs die man hier zusammengepackt hat also disc 1 und disc 2 darunter eben noch eine und hier dann auch wieder disc 4 und disc 3 also hier ist echt deutlich mehr drin als man vielleicht auf den ersten blick sehen kann und das zieht sich natürlich dann so durch also wir haben hier die season 2 und auch hier hat man wieder extrem platzsparend gearbeitet weil hier sind auch noch mal zwei und noch mal zwei also vier stück und auf dieser seite haben wir dann auch wieder zwei plus zwei also hier gibt es ohne ende dvds hier übereinander gestapelt dann sind wir schon hier bei season 3 das können wir dann so umblättern wenn es uns gelingt jawohl hier geht es dann weiter mit season 3 und hier ist dann direkt der übergang zu season 4 und hier endet es dann also vier seasons gibt es vier staffeln hier insgesamt wenn ich richtig informiert bin sind hier 25 dvds drin auf engstem raum das ist echt einiges so und dann hat man das hier entsprechend so gestaltet ja also es sind im prinzip zwei hälften die hier die dvds beinhalten und wenn man das dann zusammen klappt dann hat man diese box hier ja also recht wenig zum erklären aber dafür umso mehr inhalt hier in der box drinnen was jetzt dvds beziehungsweise material betrifft also 25 dvds hier mit den vier staffeln glaube insgesamt 75 folgen und eben jede menge bonus material das alles in dieser wunderbaren box battlestar galactica die komplette serie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der serie beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn in die serie feiert falls ihr battlestar galactica unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao